hallo leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiter ohne studio weil ich muss hier gerade leider die anmut machen weil der schakal schon ein bisschen zu früh angefangen hat das war ein bisschen egal und die musik ist laut und da komme ich mich gleich druck aber das soll uns nicht weiter stören weil der lumpy hat einen plan und was für ein unser plan für den sommer hat sich dran erinnern ja ich habe jetzt alles geschrieben ja erstmal aufräumen jetzt muss ich meinen ganzen kreml hier irgendwo hin tun du brauchst das amethysten glaube ich nicht das noch richtig in erinnerung habe so ich kann jetzt warte mal ich kann ja mal gucken ob ich deinen plan noch finder in der zeit glaube ich mal kurz ein bisschen auf dem baunhof und in unseren häusen ist tatsächlich auch schon was drin ich das cool wir haben ein treibholz eine schnecke und eine strand schnecke ich glaube die können wir auch direkt ins buch kleben ja so in der zeit wo dann wieder oben schon mal aufräumt gucke ich mal ganz kurz ob ich seinen epischen plan noch finde ich auch selber schnell mal gut verbraucht tun bevor wir es nicht schreiben müssen wir erst mal die dsgv vereinbar machen das problem ist wir haben wir haben in der zeit schon wieder so viel geschrieben über 400 76 und dann über state of decay kann ich suchen nach audio keine ahnung haben wir noch köder guck du mal vielleicht der ich guck gerade mal vielleicht findest du schneller als ich ja wir haben noch gehörer die packe ich direkt mal in die box in unsere häusen schon mal gucken was ich ins buch leben kann aber vielleicht irgendwas von den schneckchen war das in der speise kann man nähe da habe ich den plan gefunden und das soll ich wieder finden der plan wurde nämlich 20 millionen zu kaufen also oder man soll schon mal oder ich gehe mal vor das ist ja schön montag in der zeit schon mal nach der herausforderung was habe ich jetzt für epische kampfmusik hier kampfmusik pass überhaupt nicht zur stadion welle bis 80 aggressiv ich glaube ich habe das mir sogar so ausgerechnet dass wir gerade noch genug geld haben und alles tatsächlich zu kaufen so wie sie bieten guten tag 20 millionen bis 20 blau bären eine mix zieht habe ich zehn mainz ich habe lampi hier oben ist das gras wieder nachgewachsen ich füge das schon mal ein silo hinzu ein bisschen was das bühne und streifen stehen obwohl weil tapete boden katalog blumenkohl wieso kann man bei dem jetzt gerade blumenkohl kaufen und lübens hat sehr lustig guten tag die wägel tschüss wie ich einfach höre wie du denn wie du das heu hackst ja ich bin der ultimative heuhacker das bestätigt die hintergrundmusik bei mir die mal überhaupt nicht passt der epische heumann vielleicht mal gucken wie sie unseren politik geht die können wir eigentlich mal raus lassen bei dem schönen wetter die haben gewollt ihr meyer gelegt das direkt vermajonisieren die waren noch heute mal das hätte auch 1 ja nicht irgendwo noch dünner doch ja was ist das für musik vermajonisieren zack zack so mayonaise ist am melken wenn du noch ein bisschen energie hast du kannst mir doch ein blauerfeld anlegen dass so 20 felder groß ist am besten am stück oder so vielleicht naja ich würde trotzdem hier dabei bleiben hier unten ja ok erstmal wieder alles schick zu machen dann mache ich den ultimativen giezer das ist gut ja ich bin noch halb voll mit energie aber ich bin auch nur mit halb voll energie gestapelt das ist komisch ich glaube das letzte mal sind wir ein bisschen spät ins bett oder ich war ausgelaugt i don't know oh ich habe zu wenig mais gekauft hier sind peperonis falls jemand fragt bei diesen kommunen die schien glaube ich hin und jetzt geht aber los ich glaube ich habe eine epische musik ja und und ich meine es klingt gerade wie so super mario musik du du bist eine höhle du und das wird sich ein bisschen ach shit mix daneben ach so ne ne passt passt alles cool mach da weiter ich habe auch noch nämlich sie sich gerade wir müssen anbauen ja dann legt los auf jeden fall noch ein maisi gleich leer ist ja lustig dass er genau sie ich habe keine gießkanne dabei ist nicht so schlimm sowieso fertig die mayonaise ist echt schon fertig wunderbar ich gucke mal ich habe auch noch einmal mixed seeds aber die haben uns mal auf ich bin fertig mit gießen krass noch halbe meine meine geode ausmachen gehen dann komm ich mit habe mich auch noch vier in der tasche ich habe eine sonne so eine ganz große so eine multiple eine um die gude die löser ist mit dem treten die münden treten simulatoren 2000 ist es ist eigentlich das kann nach hause gehören der eismann was soll er bei der oben nein bis 16 uhr ich gehe mal eine runde spazieren ja was hier hallo kann man denn hier eigentlich kaufen guten tag joja tapete hopfensetzling können wir unser eigenes bier machen ja auf dem kannst du ja bei pia kaufen tatsächlich könntest du dein eigenes bier kaufen äh braun die musik kommt mir ein bisschen zu laut von ehrlich gesagt gerade ich weiß es nicht auf jeden fall passt meine musik gerade überhaupt nicht deswegen gibt es noch mal einen kurzen skip dj mario in the house was gibt es eigentlich bei pia amethyst unter einem kissen näher möchte gerne amethyst dabei lea das ist meine lea und ich komme 300 geben wir zu leo wo bist du denn jetzt lea ich bin ja an hier da so wo ist lea genau alter ist das ein riesen ding oder ich habe ein riesen ding in meiner hose was das denn hier weg hau mal abwärts wo ist leer wohnt die hier ne die wohnen unter dem bauernhof da können wir nicht rein wir sind nicht befreundet genügend ne zäure das heißt ich kann da nicht den amethystgebel ja wenn man weiß wo die rumrennt die ist verschlossen ich glaube die wohnt da na gut okay dann gehen wir hier noch ein bisschen rum gucken guck mal da eine gebühren zu beere oder ich warte einfach vor leas haus vielleicht kommt es ja noch aber ich so 20 10 weiß nicht wenn die ins bett geht stehe ich so alleine und verlassen hier mit dem amethyst bei lea vorm haus in der hoffnung dass er noch vorbeikommt bitte lass mich hier nicht allein wenn es jetzt noch regnen würde wäre es perfekt du ich glaube leer kommt nicht wir müssen auf jeden fall gucken dass wir in die in die mine weiter gehen und ein bisschen langsam mal zu eisen kommen oder so ich bin so allein also hier gibt es ja gar nichts gerade bei mir na gut ich weiß nicht dann gehen wir halt nach hause wenn ich nicht will ich will aber noch nicht nach hause na gut dann gehen wir mal heim ich komme von unten her oh Glühwürmchen ich kann mir noch schnell ein bisschen was verkaufen oh Glühwürm Kiefernteer was ist denn der Teer na aus meinem Harzsammler dann ist das gar kein Ahornsirup ne scheint nicht so halt warte die dreckige Brille wollte ich noch verkaufen so na dann gut gehen wir ins bett ich kann noch was verkaufen ähm besser bericht klar und sonnig den ganzen Tag mal die Mietzi streicheln die schläft schon so ist feuerlöschen und ich geh ins bett ich auch noch die nacht das war der erste Tag das hat die Schnecke verkauft jawohl gehst du doch ins Buch kleben können hast du doch selber gesagt babbalabab nein konnte ich konnte ich nicht ins Buch kleben achso da war kein Bereich ich hab aber extra das Buch durchgeguckt achso na nun so Gokitik Gok deine Eimachfässer sind schon wieder fertig echt Eppische Musik Eppische Gieß Musik hm mein Gedäckte passt die Norgel vergiss nicht du kannst gedrückt halten ja mach ich doch immer beim dritten Feld dann ah ich muss jetzt mal das Lied wieder wechseln irgendwie hab ich heute die falsche Playlist gewählt ich hab auch das Gefühl dass ich ne andere habe ja ich hab Chill ausgewählt ja siehste ich hab Epic ausgewählt und da kommt aber irgendwie so voll fiese Kampfmusik und Techno-Kampfmusik und lass uns mal bald auf Chill wechseln jetzt sofort gehts jetzt gleich los okay ich hab schon auf Chill gewechselt okay Ambiente ja Ambiente okay mach Ambiente alles klar so mal gucken wie das läuft oder was da läuft hier mehr ja bin mal gespannt da sind noch ein paar Einstellungen bei mir wieder vornehm ich hab jetzt nämlich Windefehl machen ich hab Regenshaut im Hintergrund obwohl es nicht regnet oh Strandschnege Strandschnege hey sag mal mhm 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 so ich würde hast du Bock in die Mühne zu gehen ja lass in die Mühne gehen dann machen wir das mal du 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 warte mal ich hab das so ein fieses Schwert gehabt 8 bis 15 Schaden ja das nehmen wir mit zack 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 naja ich habe dich ja ich habe kurz bei mir rein so das nehmen wir mit na dann gehen wir oben aus der Farm raus ja ne ja du bist dich schon vorgelaufen ja ich hab's eilig und viele Bäume hier stehen kann man so richtig alles einmal gepflanzt huch jetzt bin ich gegen das Mikrofon gekommen ja was wäre da war ein Hase die kannst du essen ne ist ne goldene die esse ich nicht jetzt wo wir keine Hacke dabei haben gucken die Wärme aus dem Boden die Schlingel so Schlingeling Schlingelang die will ich haben waaah Wann ist wir wollen so rein in die Mine ab nach unten juhu 35 zack geht voller ach das sind eigentlich meine meine Hassetagen ich sehe nichts das geht nicht nur dir so Alter was ist ja los wie geht's dir lang keine Ahnung das ist doch irgendwie nicht wir können nochmal rausgehen nochmal neu reingehen vielleicht haben wir dann mehr Glück warte mal hier 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 ist da war eine Treppe hast du gesehen? haha das ist einfach am Boden verschwunden zack fort wahrer das hasse ich an dieser Höhle und wir haben auch noch nicht den Ring dafür ne aber ein paar Fackeln hätte man mitnehmen können pass auf da ist irgendwas ja easy hm dann hoffen wir mal das ist die Treppe ja oh Gott ich komm ich helfe dich wo ist du? alles gut ich hab's schon hm no dann ist ja ok Fledermausflügel eingesammelt sehr nice we are loving the Fledermausflügel au au komm dir so ein Penner an noch ist er da wie man einfach mal nichts sieht ne ne da war sie ja hab sie gesehen sehr schön ja guck mal ist gleich die nächste na dann ja auf hier ich hasse das hier warum ruckeln das jetzt hier bei mir wenn du runter gehst das ist ja schweinisch na wo 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 geh oder geh oder ich hab ne Treppe bei mir wo ist er? wo ist er? da vor mir warte unter mir über dir jawohl vor mir über dir links rechts Kombination jetzt passt die Musik bei mir schon eher oh Trevor jawohl da ist einer ne Schleuder? hm was kann ich damit machen? steine werfen steine werfen? ja das irgendwie ich hab das Gefühl das bringt nichts warte mal ich probier mal dann frag mich nicht wie man Steine ausrüstet warte 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 blöd ich hab auch ne Schleuder rausbekommen ach sieh du zielst mit nem linken Stick Spiegel verkehrt ja keine Munition äh ah du nimmst den Stein rechtsklick um Schleuder mit Stein auszurüsten ok was rechtsklick ich weiß nicht was für ein rechtsklick ist bei dem viereck 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 ja jetzt kannst du hier ja geht voll ab finde ich aber Assi das Spiegel verkehrt ist muss ich ja ganz ehrlich sagen so guck mal ja jade ja ja we found jade ist das Silbererz hier? äh ja Eisenerz sozusagen ne die Dinger die kannst du übrigens mit deinem Schwert kaputt hauen das sind quasi die Büsche nö das ist ja bleh ah guck mal da mhm das ist das denn süßes hallo coole Tierchen oh cool da oben ist ja Treppe ne mhm goddamn Schloss say ja ich weiß ich komme bei dir bisschen später an Ach sind die süß. Die Geräusche. Sie wollen trotzdem geschlagen werden. Die wollen trotzdem geschlagen werden. Ja. Das muss so. Guck da. Kupfer. Ich slay sie alle. Denn ich bin ja Mother of Slay. Mit deinem Schwert auf jeden Fall. Ja das war richtig großes Lack das rauszuziehen. Karonne und Zeug. Ja freilich. Das hat sich gelohnt. Oh. Ich snacke mal kurz hier die Würzbeere weg. Schnabbi. Na geh doch. So den Rest muss ich dich mal machen mit deiner. Woher geh. Geh vorne geh ohne. Da kommt was. Loll. Ah guck mal eine Treppe. Tschüss. Nice ich. I like. Harz und Schleim. Eine gefrorene Träne. Haben wir die schon im Buch drinnen die gefrorene Träne? Eigentlich noch nicht oder? Ne ich glaub. Eventuell haben wir die aus ner Geode mal rausbekommen nämlich. So unten ist nix. Da oben ist auch nix. Hier nix. Da nix. Da auch nix. Dann musst du jetzt wieder Steine aufbrechen. Ja geht doch einfach. Ding. Wie spät. 48. Meine Energie ist noch. Noch ein Dreiviertel quasi. Oh da hast du schon mal mehr als ich bin bei nem Viertel. Ah ne ne bei nem Viertel also ich hab. Ein kleines Kohlentierchen. Aua. Achlos. Ich hab noch n Viertel. Stimmt. Verzeihung. Ich hab ein falsches Wort vorgehandelt. Ich schäm mich. Schäm dich. Ich hab ja noch 4 Höhlendinger. Karotis. Nimm 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 nimm. So mach los hier. Höhlensmusik. Uga Aga. K萍 Aga. 3 Mnimm nimm 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 nimm. So. évich ja wenigstens wieder helfen kann. Hier mal kochen wenn duig was rauskann. Jetzt bin ich leer. Also nicht komplett leer. Aber so leer, dass ich morgen früh noch gut schlafe. Möchtest du zwei höheren Karotten. Mir ist das egal. Möcht irgendwas dabei was ich essen kann? Ne. Da ist er. Wo willst wir die 5 Etage noch packen? das ist noch ein eisen ja ja von uns auch noch welches von einem beschützerling wenn jetzt irgendwas kommt was ich bei so einen erscheint der winterwurzel voll der babo das eisenerz hier noch mitzunehmen richtig abgewurzelt da habe ich richtig hart abgewurzelt jetzt dauert es schon ein bisschen länger kommen wir oben durch dann ist die energy gleich bei dir wieder lohnen naja ich habe auch noch zwei hirnkotten da unten ist außerdem die treppe oder sind wir über die gekommen das stimmt das ist eine treppe die kollektierchen sind so geil piep 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 aber aber hat sich doch noch gebissen das ist frech was das gebiet ist verseucht mit was mit gegnern oder was weiß ich nicht stand das bei dir ja ja stimmt da oben ist so ein todenkopf oben links in der ecke why ok das war easy komm mal da komm mal her kamerat weiß nicht was das bedeutet mit dem verseucht wir verlieren keine hp oder so vielleicht meinen die monster versorgt da ist die treppe unter der treppe nice die frage schaffen wir es noch wir sind jetzt auf der 49 eine brauchen wir noch das wäre super okay warte dann pfeife ich mir noch schnell die zwei hirnkotten rin jawohl ich gehe schon mal scouten so mal kamerin ja ich gehe schon ja höhle höhle ja treppe das darfst du dir auch noch nehmen weil ich das gute schwert habe tundra stiefel oh hab auch tundra stiefel bekommen guck da jetzt kann jeder reingucken das ist ja nett da kann ich endlich mal meine grünen Schuhe aussehen zwei verteidigungen und einsimmunität habe ich jetzt dann mal zwei verteidigungen und zwei immunität ne was bei mir hat es zwei verteidigungen und einsimmunität die tun auf die naja ist ja richtig ist ja richtig achso dann wieder raus hier oder jawohl ab nach hause ohne Paufe ab nach hause ohne Paufe du machst genauso stemmen im Fahrstuhl wie ich mit der Leiter merkst du was ja entweder das ist ein super langsamer Fahrstuhl oder du bist so richtig gut im Gleiter hochklettern mhm gibs ruhig zu da hast du x gedrückt gehalten dafür mhm zum schnell klettern was hältst du davon wenn wir die Zwillow verkaufen hältst du davon wenn wir erstmal schnell ins Bett hüten hast du keinen Bock auf die Zwillow oder? ne ne ich find es einfach blöd dass also beim Controller ist es mit den Zielen andersrum zielst du nach unten zielt er nach oben ja warte ich muss noch schnell hier verkaufen guck mal so lange Wetterbericht die Zwillow kannst du nicht verkaufen morgen Sturm Blitz und Tonne jawohl brauche ich schon mal nicht gießen Prost so Freunde das war es dann auch schon für die Folge mal wieder ja auf jeden Fall mal wieder was geschafft wir haben unser Feld angelegt das Gold und Donnert jawohl und blitzt und regnet und Wasser von oben Wurzelpalette cool ich kann Bergarbeiter lecker wissen machen einen bunten Lally so du drückst nicht auf white nein das ist die sogenannte heute zusammenfassung sieht gut aus ein bisschen Kohle für die Bommole genau ich weiß ich weiß alles klar dann danken wir euch für immer wie für immer wie wie immer fürs Zuschauen und lasst doch mal einen Daumen da wir sehen uns bei der nächsten Folge mit dem Lompi und mir richtig tschüss macht's gut tschüss 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 tschüss